Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast mit einer sehr, sehr spannenden Episode, denn die UFC-Rankings wurden aktualisiert und da gibt es so einige kritische Bewegungen in diesen Rankings. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder gerne auch eine Bewertung bei iTunes oder auch natürlich ein Follow by Spotify. Aber allen voran ein Kommentar mit eurer Meinung, denn der wohl größte Schock ist vermutlich, dass Israel Adesanya nicht mehr in der Top 5 Pound for Pound in der UFC ist. Israel Adesanya ist auf Platz 6, damit ist er hinter Alexander Volkanovski, Stipe Miocic, Kamaru Usman, Jon Jones und Khabib Nurmagomedov. Das ist doch eine ziemlich große Überraschung. Adesanya ist damit der einzige Champion oder beziehungsweise der letzte Champion, der sein Gürtel zwar mehrmals verteidigt hat, aber weit hinten ist. Volkanovski hat sein Gürtel nur einmal verteidigt und ist vor Adesanya, aber klar, Adesanya hat auch eben erst einen Titelkampf verloren, dann gegen Jan Brachowicz. Brachowicz kam auf Platz 8, 6 Plätze ist er hochgeklettert, ist jetzt auf Platz 8 und Elgermain Sterling, der gegen Piotr Jan gewonnen hat, wenn auch sehr kontrovers, ist eben auf Platz 15 eingerankt. Ich finde es spannend, dass die UFC hier Sterling diesen Sieg quasi zurechnet, aber ihn trotzdem hinter Piotr Jan setzt. Bedeutet, Elgermain Sterling hat gegen die ehemalige Nummer 10, er war auf 10, also Piotr Jan war auf 10, Sterling hat gegen die Nummer 10 gewonnen. Piotr Jan ist auf 12 abgerutscht und Sterling kam auf 15 rein. Finde ich spannend, dass die UFC jetzt nicht sagt, hey, wenn er die Nummer 10 besiegt, dann sollte Sterling weiter oben sein, aber gut, wir kennen ja auch diesen Kampf. Sterling hat ja Piotr Jan nicht wirklich besiegt, sondern Sterling hat diesen Sieg quasi akzeptiert durch dieses illegale Knie. Dominic Cruz hat es in die Top 10 geschafft, Dominic Cruz kam von Platz 11 auf Platz 10 in den Bantamweight Rankings und Askar Askarov im Flyweight kam auf Platz 2. Damit ist er ein Platz hinter Brent Moreno, das ist auch ein ziemlich spannender Fight. Dann haben wir im Light Heavyweight Alexander Rakic, der ist nämlich auf Platz 2 gesprungen, Thiago Santos ist runter auf Platz 4, Rakic hat gegen Santos gewonnen und im Lightweight, da ist Makhachev auf Platz 11. Das heißt, ein Platz noch, dann hat er sein Ticket in die Top 10 gelöst und ich denke, als nächstes gibt es da auch einen Top 10 Gegner für ihn. Das war's, also Adesanya nicht mehr in der Top 5, Sterling hinter Jan, obwohl er gegen Jan gewonnen hat und Rakic ist jetzt die Nummer 2, ganz knapp hinter Glover Teixeira. Schreibt mir eure Meinung unten rein, wir hören uns beim nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.